Es ist ziemlich ironisch, denn in gewisser Weise lässt die Vereinigten Staaten und ihr Ansatz zur Welthegemonie jetzt wirklich alle anderen viel besser aussehen. Ihr macht einen sehr guten Job, zu beweisen, dass andere Systeme möglicherweise besser funktionieren könnten, was sehr ironisch ist. Das ist ähnlich wie damals, als die UdSSR der große Rüpel in der Region war, Afghanistan und so weiter invadierte. Es ließ alle anderen viel besser aussehen. Absolut. Wir haben sogar mit Kollegen darüber gesprochen. Ich sagte, verliert die USA zum ersten Mal seit 30 Jahren den Südkaukasus, das wäre wirklich ideologisch idiotisch. Wie kann man Georgien verlieren, wenn Georgien alles befolgen will, was man ihnen sagt? Nun, so geht es. Neoliberale Ideologie und neokonservativer Konsens, die niemandem zuhören, drücken durch Länder wie Georgien ihren Hass auf Russland aus. Und das ist im Grunde das Ergebnis. Hallo zusammen, hier ist Pascal und heute bin ich wieder mit Lascha Casarazzi zusammen. Geboren in der ehemaligen Sowjetrepublik Georgien arbeitet Lascha als Analyst für die Südkaukasus-Region in den Vereinigten Staaten. Heute möchten wir über die Auswirkungen des neuen Kräftegleichgewichts zwischen den USA, Russland und China auf das sprechen, was manchmal als Europas südöstliche Zwischenstaaten bezeichnet wird. Die Südkaukasus-Nationen, Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Lascha, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Lascha, vielen Dank, dass Sie mich wieder eingeladen haben, Pascal. Es ist mir eine Freude, bei Ihnen zu sein. Also Lascha, wir hatten einige E-Mail-Austausche und du hast mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich mit der Verschiebung in den internationalen Beziehungen, diese entstehende Multipolarität, die jetzt für jeden offensichtlich ist, der Augen hat, auf den Kaukasus, insbesondere auf Georgien, auswirkt. Die Politik in dieser Region ändert sich. Könntest du mir vielleicht sagen, welche Auswirkungen du von der Multipolarität auf Georgien, Aserbaidschan und Armenien siehst? Ja, danke, Pascal. Tatsächlich treten mindestens aus der Perspektive des Südkaukasus in eine sehr interessante Ära ein. Zum ersten Mal in der Zeit nach dem Kalten Krieg, seit dem Zerfall der Sowjetunion, war die Politik Georgiens einigermaßen linear. Seit 1991 verfolgt Georgien eine sehr engagierte Außenpolitik, um westlichen Institutionen beizutreten, vor allem der NATO und dann der Europäischen Union. Das war Georgiens strategisches Ziel. Georgien verfolgte kontinuierlich diesen linearen Weg zur westlichen Integration, ungeachtet einiger grundlegender, sogar existenzieller Bedrohungen, die dieser Prozess mit sich brachte. Was wir jetzt jedoch beobachten, ist bemerkenswert, denn es geschieht zum ersten Mal seit dem Zerfall der Sowjetunion und der Unabhängigkeit Georgiens. Wir sind Zeugen einer Veränderung und Verschiebung hin zum Pragmatismus als Spiegel dessen, was global geschieht. Das mag für Außenstehende oder für diejenigen, die die Region nur oberflächlich betrachten, nicht bedeutend erscheinen und sie mögen es nicht sehr interessant finden. Aber diejenigen, die diese Region analysieren und sie als einen der ernsthaftesten potenziellen Krisenherde in der Weltgeopolitik betrachten, verstehen die Bedeutung. Unter der aktuellen Regierung, der georgischen Traumregierung, die zum dritten Mal gewonnen hat und die Saakashwilis Regierung besiegte, gibt es eine radikale Verschiebung hin zum Pragmatismus. Dies ist eine neue Entwicklung, da die vorherige Regierung unter Saakashwili entschieden pro-westlich war und zwischen 2003 und 2012 intensive Unterstützung aus Washington genoss. Auch unter Shevardnadze, der als äußerst erfahrener Politiker und Außenminister der Sowjetunion bekannt war, war er sehr vorsichtig in der Art und Weise, wie er die Beziehung Tbilises mit Moskau und dann mit Washington ausbalancierte. Aber diesmal sehen wir, dass die aktuelle Regierung einen direkten, pragmatischen Ansatz zur Realpolitik gegenüber Russland ohne Angst oder Zögern zeigt. Dies deutet darauf hin, dass es dafür viele Gründe gibt. Und es zeigt, dass die 30 Jahre der Radikalisierung und Polarisierung in der georgischen Politik, insbesondere während der neuen Jahre zwischen 2003 und 2012, als Saakashwili an der Macht war, für das Überleben Georgiens als Staat nicht tragbar waren. Dieser Punkt kann nicht genug betont werden. Unter Saakashwili erinnern wir uns alle an den Augustkrieg 2008 und den Tag Liawini-Bericht, der aussagte, dass Saakashwili der Erste war, der Einmarschierte, was für viele in Georgien eine bittere Pille war. Aber es ist eine Tatsache. Die Situation, die zu dieser Zeit herrschte, war so radikalisiert, dass die georgische Bevölkerung, Gesellschaft und politische Elite keinen Raum für Diskussionen über eine pragmatische Außenpolitik oder einen introspektiven Ansatz ließen, der als alternativer Mechanismus zur Verringerung des Kriegsrisikos mit Russland hätte dienen können. Jetzt sehen wir im Wesentlichen eine Umkehrung dieser Haltung, die eine sehr pragmatische globale Verschiebung der Politik von der Unipolarität zur Multipolarität widerspiegelt. Ich möchte wirklich dazwischenreden, denn was ihr hier besprecht, klingt genau nach dem, was Europa gerade durchmacht. Für mich scheint es, als wäre ganz Westeuropa in einer Art ideologischen, ultraradikalen Gedankennebel gefangen, wie ich es manchmal nenne. Dieser Nebel scheint dazu zu führen, dass sie alle echten geopolitischen Gründe für Russlands Handlungen und das, was tatsächlich in der Ukraine passiert, ignorieren. Es schweißt nur eine Unterstützung zusammen, die tatsächlich in Westeuropa selbstzerstörerisch ist. Mir scheint, als wären Saakashvili und die Leute vor 2012, besonders um den Krieg in Georgien herum, in einem solchen Moment gewesen. Und jetzt sagst du, sie sind raus. Ich erinnere mich an unsere letzte Diskussion. Wir sagten, dass Georgien im Grunde derjenige ist, der entkommen ist, weil die Politik in Georgien sich mehr zum Pragmatismus verschoben hat. Also was hat diesen Wandel in Georgien verursacht, den Westeuropa meiner Ansicht nach dringend braucht? Wie hat Georgien den ideologischen Moment überwunden? Wie hat es den ideologischen Moment rausgekommen? Ja, das ist der entscheidende Punkt. Ich möchte das so klar wie möglich machen, denn ich denke, es ist sehr wichtig. Es gibt mehrere Gründe. Als jemand, der Realismus in erster Linie als Theorie der internationalen Beziehungen sieht und als Mittel zur Analyse der Handlungen von Staaten, konzentriere ich mich hauptsächlich auf die Außenpolitik. Georgien stand 2008 vor einer existenziellen Bedrohung. Es kam sehr nahe daran, dass Putin kam und Tiflis einnahm. Wir können das im Westen herunterspielen, wie wir wollen, und westliche Kommentatoren können es ignorieren, aber es wurde bereits ignoriert. Sechs Monate bis ein Jahr später sprach niemand mehr über den Krieg in Georgien. Aber Georgien selbst stand sehr nahe daran, aufzuhören zu existieren. Putin wollte nach Tiflis kommen und es nehmen. Und wir erinnern uns alle an die Bemühungen der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel und des Präsidenten Nikola Sarkozy, Putin aufzuhalten, ihn wirklich davon abzubringen. Sein berühmtes Zitat war, dass er Saakashvili an bestimmten Körperteilen aufhängen würde. Er meinte es ernst, er wollte es tun. Also haben die Leute als Staat wirklich hingesetzt und gesagt, schaut, wir müssen hier etwas herausfinden, angesichts der Tatsache, dass wir ein kleines Land sind. Das ist das Los, das Georgien in seiner Geschichte gezogen wurde. Es ist ein kleines Land in einer sehr rücksichtslosen, aggressiven und feindlichen Nachbarschaft. Es tut mir leid, aber das ist die Realität. Also was tun sie? Wie überleben sie angesichts dieser Realität? Am wichtigsten ist, dass der Westen, insbesondere die Vereinigten Staaten, nicht nur keine Sicherheitsgarantien für Georgien bieten konnten, sondern darin kläglich versagten, welche anderen Optionen gab es da? Mit anderen Worten, dieses winzige Land hielt an dem Gedanken fest, sich der westlichen Sicherheitsarchitektur, der NATO anzuschließen, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Sie hörten auf die Erzählungen aus Brüssel und Washington, die freiheitsliebende Menschen gegen das böse Russland darstellten, mit Georgiern, die als souveräne Nation der NATO beitreten wollten, was niemandem das Recht hat zu widersprechen. Das klingt in der Theorie großartig. Aber in der Realität, nach neun Jahren der Herrschaft von Saakashvili, verwandelte sich diese Erzählung in eine Ideologie. Sie wurde zu einem Instrument, einer Politikwaffe gegenüber Georgien. Sie hat leider hervorragend darin gearbeitet, die Gesellschaft zu spalten und innerhalb dieser Spaltungen zu schaffen. Jeder, der eine gegenteilige Meinung äußern oder sogar diese blinde Anhänglichkeit an den Beitritt zum Westen, wo der Westen uns nicht wirklich akzeptierte, infrage stellen wollte, riskierte entweder sein Leben oder wurde von der Regierung oder seinen Familienmitgliedern schikaniert. Die Tradition besteht, wenn auch heute in geringerem Maße, immer noch fort. Die Gesellschaft ist radikalisiert worden. Einige scharfsinnige Personen in Georgien haben erkannt, dass ein Weitermachen wie bisher für die Zukunft des Landes nicht tragbar wäre. Ironischerweise, trotz der Verachtung, die viele Georgier und bestimmte politische Eliten für Russland hegen, zeigt die Geschichte, dass Russland oft der Retter Georgiens vor der arabischen Herrschaft über die Jahrhunderte hinweg war. Wenn es um Geopolitik, Realpolitik und das Überleben des Staates geht, ein Anliegen jeder Nation, sollte Georgien keine Ausnahme sein. Das bringt uns zu der schwierigen Frage, was sollte Georgien tun? Sollte es blind der neoliberalen Ideologie folgen, die von Washington, Brüssel und dem Westen gefördert wird und sich dabei selbst etwas vormachen? Oder sollte es der Realität ins Auge sehen und anerkennen, dass es eine geteilte Nation ist mit russischen Truppen auf seinem Territorium und zwei separaten Regionen? In dieser Situation gibt es keine einzige Organisation im Westen, weder die Europäische Union noch die NATO, die eingreifen würde. Würde die NATO Georgien aufnehmen, wäre sie verpflichtet, Artikel 5 umzusetzen. Um es wirklich technisch auszudrücken, ist niemand bereit, das zu tun. Niemand war jemals bereit, das zu tun. Niemand würde wegen Georgien mit Russland kämpfen. Aber was das zeigt, ist die Tragödie, wie ein kleines Land wie Georgien nur aus ideologischen Gründen geopfert werden kann. Es ist ein riesiger Fortschritt für Georgien, diese sehr grundlegende Tatsache zu erkennen. Es ist für viele unglaublich, dass sie blind glaubten, dass die NATO eines Tages in den Südkaukasus kommen würde, um Georgien vor Russland zu retten. Die gesamte Außenpolitik Georgiens basierte auf dieser falschen Vision. Daher ist es für die aktuelle Regierung wichtig zu verstehen, wie wichtig es ist, eine gemeinsame Sprache mit Russland zu finden und einen Weg zu finden, um zu überleben. Das allein macht sie akzeptabel. Es gibt viele Mängel, und ich verteidige nicht die georgische Innenpolitik. Sie haben noch einen langen Weg vor sich. Aber zumindest gibt es eine Regierung, in der jemand herausfindet, wie man pragmatisch sein kann und wie man ausbalanciert und versteht, dass es niemanden wirklich kümmert. Das gilt besonders jetzt, da die Unipolarität endet und mit dem Aufstieg Chinas und regional gesehen Russlands eine multipolare Welt entsteht. Wissen Sie, die Dynamik, die Sie beschreiben, ist sehr interessant zu hören. Denn wiederum, ich denke, der ideologische Aspekt ist genau das, was in Westeuropa und in beträchtlichem Maße in der Ukraine passiert. Richtig. Aus verständlichen Gründen wird jede Gesellschaft nach zwei Jahren Krieg hochgradig ideologisiert, wahrscheinlich sogar schon vor dem Krieg. Aber es intensiviert sich während des Konflikts. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich diese Neutralitätsstudien durchführe. Der geopolitische Punkt hier ist, dass es bestimmte Umstände gibt, unter denen es keinen Sinn macht, harte Grenzen zu schaffen. Stattdessen machen Pufferstaaten und Zwischenstaaten, die etwas flexibel sind, viel mehr Sinn, um zu verhindern, dass Krieg ausbricht. Nun, was faszinierend an dem ist, was passiert ist und was wir in den letzten 15 Jahren gesehen haben, ist, dass die Strategie anscheinend darin bestand, Georgien mit Versprechungen von NATO-Schutz zu locken, an den ein guter Teil seiner Bürger glaubte. Dann reagierte Russland, indem es zwei separatistische Regionen schuf, was zu einem andauernden Konflikt führte. Aus russischer Perspektive bedeutete die anhaltende Konfliktsituation, dass eine NATO-Mitgliedschaft ausgeschlossen war. Die NATO wäre nie so töricht, einen Krieg zu provozieren. Allerdings haben sie diesen Ansatz in der Ukraine repliziert, indem sie separatistische Regionen unterstützten, um einen Pufferstaat zu schaffen. NATO-Strategen erkannten, dass sie in einen Konflikt mit Russland eingreifen konnten, ohne eigene Truppen einzusetzen und stattdessen die ukrainische Armee als Stellvertreter für die NATO nutzten. Genau das passiert jetzt, was extrem tragisch ist. Georgien hatte das Glück, dass diese Strategie, den Rest des Landes zu bewaffnen, noch nicht stattgefunden hatte. Dies führte zu einem Umdenken bei den Menschen. Heute, wenn man Georgiens öffentlichen Diskurs betrachtet, scheint es einen Konsens über den aktuellen Ansatz zu geben. Keine aktive Suche nach einer NATO-Mitgliedschaft, während man gleichzeitig versucht, eine starke Haltung gegenüber Russland beizubehalten. Die Frage bleibt, wie der Stand der innenpolitischen Debatte zu diesem Thema ist. Ja, es gibt derzeit eine Reihe von Entwicklungen in Georgien. Die Denkweise hat sich verändert und regionale Modelle werden vorgeschlagen. Ein solches Modell ist das 1 plus 1 plus 1, das Armenien, Aserbaidschan und Georgien die drei Südkaukasus-Republiken umfasst. Es wird über die Möglichkeit spekuliert, ein Bündnis oder eine Art regionaler Einheit zwischen ihnen zu bilden. Dies würde eine Zusammenarbeit mit Russland beinhalten und auch die Europäische Union und die Vereinigten Staaten als westliche internationale Partner einbeziehen, ohne sie auszuschließen. Zusätzlich gibt es eine gesellschaftliche Debatte über die zivilisatorische Identität Georgiens. Obwohl Georgien Teil des Westens sein möchte, gibt es Unsicherheiten über seine genaue geopolitische Position. Befindet es sich im Westen, im Osten oder irgendwo dazwischen? Diese Debatte ist Teil einer nationalen Erzählung und eines impliziten Verständnisses, das zu einer leichten Verschiebung in der Außenpolitik Georgiens führen könnte, in dem ein pragmatischerer Ansatz gegenüber Russland verfolgt wird. Um Ihre Frage zu beantworten, ja, es gibt ein regionales Modell, das Georgien in Betracht zieht. Dieses Modell beinhaltet eine Zusammenarbeit mit Aserbaidschan, der Türkei und Israel, die im Südkaukasus von dem Westen unterstützt wird. Dies lässt den Iran, Armenien und Russland auf der anderen Seite. Georgien zielt jedoch darauf ab, das 1 plus 1 plus 1 Modell zu nutzen, um Russland als einen wichtigen regionalen Akteur einzubeziehen, zusätzlich zur Europäischen Union und den Vereinigten Staaten als Georgiens Partner. Ich würde sagen, dass die beste Option für ein Land wie Georgien wäre, eine starke Neutralität oder dauerhafte Neutralität anzunehmen. Alternativ könnte sich Georgien auf den Aufbau regionaler Institutionen oder Regionalisierung konzentrieren. Dieser Ansatz würde Georgien innerhalb der Grenzen der Region halten und seine Außenpolitik würde auf diesen Prinzipien basieren. Diese Strategie würde wahrscheinlich die Spannungen mit Russland mildern, während sie offene wirtschaftliche, kulturelle und soziale Interaktionen mit dem Westen aufrechterhält. Dies würde verhindern, dass Georgien oder die Region vom Westen isoliert werden. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, dass dieses Modell genügend Flexibilität bietet. Meiner Meinung nach könnte Russland nachgeben, wenn Georgien der Europäischen Union beitreten würde, was im letzten Dezember möglich wurde, als die EU-Mitglieder Georgien den Status eines potenziellen Kandidaten gewährten. Obwohl die EU-Mitgliedschaft Georgiens noch in weiter Ferne liegt, ist Russlands Hauptanliegen die Sicherheitsbedrohung, die die EU nicht darstellt. Obwohl die Beziehung der EU zur Europäischen Union einen sicherheitspolitischen Aspekt hat, angesichts der NATO und der aktuellen Ereignisse ist niemand in der EU geneigt, mit Russland oder den ehemaligen Sowjetrepubliken Krieg zu führen oder geopolitische Brennpunkte mit Moskau zu schaffen. Die Idee ist für die EU von vornherein ausgeschlossen. Also denke ich, dass Putin wegschauen würde, wenn Georgiens Mitgliedschaft in der EU jemals realisiert werden sollte. Russland war immer offen dafür, dass die Ukraine Assoziierungsabkommen sowohl mit Russland als auch mit der Europäischen Union hat. Das Problem entstand 2014, als die Ukraine und die EU über ein Assoziierungsabkommen verhandelten. Zu dieser Zeit stand Präsident Janukowitsch vor einer Wahl. Er behauptete, die Europäer hätten eine Klausel aufgenommen, die besagt, dass die Ukraine, wenn sie ihr Abkommen akzeptiert, das Russische nicht annehmen könne. Russland jedoch hat eine solche Einschränkung nicht auferlegt. Sie haben konsequent erklärt, dass sie mit der Assoziierung der Ukraine mit der EU einverstanden sind. Ihre Sorge gilt der NATO und der Militarisierung. Die Europäische Union verfügt zwar über eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, aber es gibt Ausnahmen für neutrale Länder wie Irland, Österreich und Malta, die Teil davon sind. Dies setzt einen Präzedenzfall und zeigt, dass es möglich ist, dass ein Land wie Georgien Teil einer Wirtschaftsunion ist, ohne in militärische Allianzen wie die NATO involviert zu sein. Diese sind tatsächlich sehr getrennte Entitäten. Grundsätzlich getrennt. Deshalb denke ich, dass Russland nachgeben wird. Was Russland sucht, ist die Beseitigung von Sicherheitsbedrohungen, die vom Südkaukasus ausgehen. Lassen Sie mich nur ein paar Punkte zu diesem geopolitischen Kreis ansprechen, über den Russland seit Jahrhunderten ein strategisches Komplex entwickelt hat. Wir haben Westrussland richtig, durch die Ukraine, durch die Karpaten zu den Karpatenbergen und nach Südwesten durch Moldawien. Die Transnistrien-Region ist einer der Gründe. Die grundlegende Philosophie und strategische Vision sind dieselben, mit Transnistrien, mit Abschasien, mit Südossetien, all den separatistischen Regionen. Dann haben sie ihre weiche Unterseite, sozusagen durch den Südkaukasus, die südzentralasiatische Region und durch die Mongolen-Invasionsrouten von Osten. Dieses gesamte Gebiet und dann vom fernen Osten, wo sogar Japan das Russland 1905 besiegte, ein Faktor ist. Es war eine peinliche Niederlage für Russland, und Russland verstand die strategische Schwäche, die aus dieser Niederlage resultierte. Es gibt viele schriftliche Berichte zu dem Thema, in denen das kaiserliche England sich mit Japan verbünden wollte, um Russland zu übernehmen, besonders nachdem die Kommunistische Revolution gerade stattgefunden hatte. Zu dieser Zeit war Russland extrem schwach. Der Grund dafür war im Wesentlichen der Rückzug Russlands aus dem Ersten Weltkrieg, der als Gelegenheit gesehen wurde, Russland durch ein Bündnis mit Japan zu zergliedern. Japan beabsichtigte, den Südkaukasus in Verbindung mit England zu nutzen, um Russland erheblich zu schwächen. Russland erinnert sich sehr klar an diese Ereignisse und hat eine strategische Angst und ein Komplex entwickelt, die meiner Meinung nach gerechtfertigt sind. Viele Strategen würden zustimmen, dass Russland, obwohl es ein weites Land auf dem Eurasischen Kontinent ist, schwache strategische Punkte im Westen, Süden und Osten hat, die es zentralen nationalen Sicherheitsbedrohungen aussetzen. Wenn man sich ansieht, was in den letzten 30 Jahren passiert ist, insbesondere in Georgien, sind die Ähnlichkeiten frappierend. Anfangs glaubte man, dass diese ehemaligen Sowjetrepubliken als Werkzeuge genutzt werden würden, um Russland zu schwächen. Diese Vorstellung ist jedoch aus zwei Gründen fehlgeleitet. Erstens können sie Russland nicht schwächen. Zweitens opfern sie diese kleineren Länder, wie die Ukraine und Georgien, ohne einen klaren Sieger außer Russland. Entgegen den Erwartungen hat es Russland geschafft, seine Wirtschaft trotz der Sanktionen zu erholen, während viele erwartet hatten, dass Russland bis jetzt zusammengebrochen wäre. Ja, aber das hat teilweise mit einer wahnhaften Vorstellung davon zu tun, was Russland ist und wie die russische Wirtschaft vor dem Krieg war. Ich meine, es gab all diese Reden darüber, dass Russland eine Tankstelle sei, die sich als Land tarnt, diese herablassende Sichtweise. Es gab Leute, die das geglaubt haben. Sie dachten wirklich, wenn wir nur einen Knopf drücken und genug Druck ausüben würden, dann würde Russland zusammenbrechen. Aber das, worauf du hinweist, ist genau der Grund, warum diese Art von realistischem Ansatz so wichtig ist. Um Krieg zu vermeiden, müssen wir doch die Sicherheit aller gewährleisten, richtig? Und tatsächlich ist es Russland, das von unteilbarer Sicherheit spricht, weil die Russen verstehen, dass europäische Sicherheit Sicherheit für Russland bedeutet und russische Sicherheit Sicherheit für Europa und die Staaten dazwischen. Denn seien wir ehrlich, niemand kann einander vertrauen. Am Ende des Tages könnte jede Nation, wenn sie willens und fähig ist, Gräueltaten begehen, wie sie Israel derzeit gegen die Palästinenser verübt. Das wissen wir. Also müssen wir unsere Leute schützen, aber wir müssen das innerhalb eines strukturierten Rahmens tun. Also, meine Frage an dich, um diese Diskussion voranzubringen, betrifft Aserbaidschan und Armenien. Wir wissen, dass sie gerade einen Krieg hatten, nicht wahr? Und der Westen war auch sehr heuchlerisch in dieser Angelegenheit. Die Kaukasusregion ist immer noch ein Pulverfass, aber nicht das Größte. Der Nahe Osten ist gerade viel gefährlicher und erlebt tatsächlich eine genozidale Phase durch die Israelis. Und auch Taiwan ist sehr gefährlich. Aber wie denkst du, wird die Konstellation der Großmächte, USA, Russland, China und ihre jeweiligen Pulverfässer den Kaukasus von jetzt an beeinflussen? Nun, das war schon immer im Kern der Geopolitik und internationalen Beziehungen. Was wird Eurasien tun? In welchem Umfang werden eurasische Mächte handeln? Inwieweit wird der Westen weiterhin nach Osten vordringen und seine eigene Macht ausstrahlen? Ich denke, es ist genau diese Region, vom Mittelmeer bis Wladivostok, wo dieser ganze eurasische Raum von Süden nach Osten als ein entscheidender Faktor angesehen wird. Meiner Meinung nach wird es das Schicksal dessen bestimmen, was Russland in seinem Hinterhof sozusagen tun möchte. Wir sehen, dass die Vereinigten Staaten sich relativ gesehen aus Engagements im Nahen Osten zurückziehen. Wir sehen, dass seine traditionellen Partner müde von den Direktiven der Vereinigten Staaten sind. Die Dinge ändern sich. China engagiert sich im Nahen Osten mit Saudi-Arabien unter anderem. Im globalen Süden wächst die BRICS mit den neuesten hinzugefügten Mitgliedern. Also sieht man diese Art von regionaler Entwicklung, speziell im Süd-Kaukasus, und dann einen weiteren, größeren, Nahen Osten, der den Süd-Kaukasus einschließt, der sich strategisch unabhängig herausbildet. Das wird nicht der direkte Auslöser sein. Der Süd-Kaukasus ist offensichtlich nicht die direkte Ursache dafür, aber was auch immer hier passiert, wird in den Süd-Kaukasus überschwappen. Also zum Beispiel im aktuellen israelisch-palästinensischen Konflikt, dieser großen Tragödie. Irgendwie entscheidet sich Amerika in einem letzten verzweifelten Versuch einzugreifen, obwohl ich das stark bezweifle. Ich glaube einfach nicht, dass Washington weitere Verwicklungen will. Aber wenn es passiert, könnte das nächste Ziel der Iran sein. Und das würde Russland weiter alarmieren. Denn Russland, ja, natürlich die beiden Länder, der Iran und Russland, hatten historisch ihre Auseinandersetzungen in Bezug auf die Kontrolle der Schwarzmeerregion, des Kaspischen Öls und des Süd-Kaukasus im Allgemeinen. Meiner Meinung nach wird Russland sich mit dem Iran gegen den Westen ausbalancieren. Das wird Russland noch weiter ermutigen. Erinnern wir uns, Russland hat immer einen Balanci-Akt vollführt, wenn es um das iranische Atomprogramm ging und eine Strategie aus Zuckerbrot und Peitsche gegenüber dem Iran angewandt. Wann immer es den Iran brauchte, balancierte es gegen Washington und umgekehrt. Aber wenn regionale Mächte, insbesondere Russland, sehen, dass Washington wieder seine alten Tricks anwendet und durch die Houthi-Situation im Roten Meer, werden sie entweder ermutigen oder einen Konflikt auslösen, der höchstwahrscheinlich den Iran einbeziehen würde, wenn es zu diesem Punkt kommt. Russland wird äußerst besorgt sein, den Westen nicht im Wesentlichen den Iran absorbieren zu lassen. Dies wird meiner Ansicht nach den regionalen Einfluss von sowohl Russland als auch dem Iran weiter stärken. Was Georgien und Armenien betrifft, so befindet sich Letzteres in einer Position, in der es im Grunde genommen ein aussichtsloses Unterfangen ist. Trotz Armeniens Versuchen, seine Reichweite nach Westen auszudehnen, mit Pashinyan, der Unterstützung von Frankreich sucht, um dem russischen Einfluss zu entkommen, bleibt die Situation komplex. Erdogans Unzufriedenheit mit Russland über Aserbaidschans Sieg im Konflikt mit Armenien führt zu weiteren Komplikationen. Pashinyan scheint in die gleiche strategische Falle zu tappen, die der Westen für Saakashvili aufgestellt hat. Ich glaube jedoch, dass er sich dessen bewusst genug ist, zu erkennen, dass Armenien sich nicht abspalten wird und dass das Interesse des Westens, Armenien unter seine Fittiche zu nehmen, gering ist. In Bezug auf Russlands Gewinn und Konsolidierung regionaler Macht denke ich, dass es dies durch den Iran erreichen wird. Ich glaube auch, dass es eine Partnerschaft mit dem Iran, China und Russland eingehen wird, um erhebliche strategische Kontrolle über den eurasischen Kontinent auszuüben. Okay, das bedeutet einfach, dass sich die Lage im Nahen Osten, in Westasien, zuspitzt und damit auch prekärer für die drei Kaukasus-Nationen wird. Sie könnten wieder in den Konflikt hineingezogen werden, oder? Könnten Georgien, Armenien oder Aserbaidschan zu einem Aufmarschgebiet für einen der Stellvertreterkriege werden? Besteht diese Gefahr? Es wird, nun, ich denke, es gab bereits eine Erfahrung in Georgien geben. Georgien könnte gebeten werden, eine Art existenzielle Entscheidung zu treffen. Allerdings sprechen wir über das schlimmste Szenario und stellen nur Hypothesen auf. Aber wenn es hart auf hart käme, könnte Georgien gebeten werden, logistische Unterstützung gegen den Iran zu leisten, was Russland höchstwahrscheinlich nicht zulassen würde. Wie? Ich meine, gibt es irgendwelche Stützpunkte oder so etwas für die USA oder die NATO? Findet da irgendeine Zusammenarbeit statt? Ja, es gab bereits einen Präzedenzfall, in dem Georgien sich weigerte, westliches Militärgerät auf seinem Territorium gegen den Iran zu stationieren. Sollte sich die Situation verschärfen, könnte Georgien erneut darum gebeten werden, was das Land in eine sehr heikle Lage bringen würde. Deshalb versucht Tiflis, Beziehungen zu Russland, dem Iran und der Türkei zu fördern. Die regionale Politik Georgiens zielt darauf ab, freundliche Beziehungen zu allen Nachbarstaaten zu unterhalten. Wenn es jedoch um die Möglichkeit geht, dass Georgien in einen Konflikt hineingezogen wird, glaube ich, dass es möglich, aber nicht wahrscheinlich ist. Die Wahrscheinlichkeit ist viel geringer, als man denken könnte. Meiner Meinung nach wird Russland als regionaler Beschützer der Interessen des Irans handeln. Selbst jetzt ist Russland sehr vorsichtig in Bezug auf die Situation im Iran. Hinter den Kulissen gibt es Diskussionen darüber, eine Provokation des Irans zu vermeiden oder den Konflikt zu nutzen, um ihn auf den Iran auszuweiten. In der E-Mail-Korrespondenz, die wir hatten, haben sie als letzte Frage auch erwähnt, dass es fraglich ist, ob die Rolle Amerikas in der Region aufgrund eines reinen Mangels an Rechtfertigung für unsere Anwesenheit begrenzt werden wird. Es ergibt keinen Sinn. Derzeit ist die Dreistichkeit der Vereinigten Staaten, den Jemen zu bombardieren, mit der Begründung, dass sie der Beschützer des freien Handels sind, fragwürdig. Die USA behaupten, sie schützen den freien Handel, wann immer es ihren Interessen dient, und schließen ihn mit Russland aus, wenn sie es wählen, als ob es ein göttliches Recht wäre. Im Südkaukasus ist die Rechtfertigung für jegliche Art von US-Präsenz noch schwächer. Also, was macht diese Inkonsistenz mit der Wahrnehmung der USA in der Region? Nun, die Vereinigten Staaten haben in der Region nichts mehr zu sagen. Wir erinnern uns, dass es einen krassen Unterschied gab, einen auffälligen Unterschied zwischen dem, was jetzt mit der Rolle der USA passiert, und dem, was während der Freiheitsagenda der Bush-Administration geschah. Damals bezeichnete das Weiße Haus unter Bush Georgien als Leuchtturm der Freiheit, während sie ein autokratisches Regime unterstützten. Unterdessen beobachtete Russland still, und alle gingen davon aus, dass ihr Schweigen ein Zeichen von Schwäche sei. Was also jetzt passiert, ist im Grunde, dass die Vereinigten Staaten ihr politisches Kapital in Georgien aufgebraucht haben. Aber hier ist die Ironie. Die Vereinigten Staaten versuchen immer, durch die offene Tür zu brechen. Sie haben nie verstanden, dass die georgische Gesellschaft selbst ein enormes politisches Kapital darstellt, wenn nur die USA eine pragmatische, stille Außenpolitik betreiben könnten, die sich sowohl an die Gesellschaft als auch an die regionalen Politiken anpasst. Aber nein, sie mussten diese neoliberale Schocktherapie während dieser neun Jahre aufzwingen, was enorme Probleme verursachte. Ich bin schockiert, dass die Georgier nicht zu anti-westlichen Nationalisten geworden sind. Mein ursprünglicher Punkt war, dass die Vereinigten Staaten dazu neigen, bildlich gesprochen, eine offene Tür einzutreten. Das georgische Volk wollte schon immer eine Ausrichtung nach Westen. Ich betone dies immer wieder. Niemand in Washington muss die Georgier von ihrem Wunsch überzeugen, sich dem Westen anzuschließen. Sie hofften, dass die neoliberale Agenda und die großen Erzählungen davon, dass Georgien eines Tages Mitglied der NATO, der Europäischen Union und der westlichen Staatengemeinschaft werden könnte, wirtschaftliches Wachstum und Modernisierung vorantreiben würden. Die Vereinigten Staaten förderten jedoch in geringerem Maße verglichen mit ihren Aktionen in Zentral- und Südamerika und dem Rest der Welt eine Art weiche Autokratie in Georgien. Das war genug, damit die Georgier sozusagen den Schmerz spürten, alles umhüllt von Nepotismus. Die Ideale der Demokratie, Milton Friedmans Libertarismus, Ayn Rands Philosophie und die Standards der liberalen Wirtschaft und Politik waren alle Teil davon. Als diese nicht zu den erwarteten Ergebnissen führten und das taten sie nicht, wurde Georgien in eine schwierige Lage gebracht. Um fair zu sein, gab es einige notwendige Reformen wie bei der Polizei und der Steuerreform. Aber auf lange Sicht bleibt Georgien ein armes und gespaltenes Land. Experten wie Thomas de Waal, die Georgien und den Kaukasus genau beobachten, haben die Situation als Neo-Bolschewismus beschrieben. Dieser Begriff bezieht sich auf die Beschlagnahmung von Privateigentum durch den Staat unter dem Vorwand von Bedrohungen gegen Einzelpersonen und deren Familienmitglieder. Es wird berichtet, dass 300.000 Menschen verhaftet wurden mit einer Freispruchsrate von nur 0,01 Prozent in einem Land mit 3,7 Millionen Einwohnern. Infolgedessen wurde die Bevölkerung müde. Sie begannen zu hinterfragen, ob dies die Art von Demokratie und langfristigem Plan war, die sich die Vereinigten Staaten für sie vorgestellt hatten. Angesichts der engeren kulturellen Verständigung zwischen Russen und georgischen Russen erwogen sie, einen anderen Führer zu wählen. Die Menschen waren wirklich müde von der aktuellen Regierung. Dies stellt einen wiederkehrenden Fehler der Vereinigten Staaten dar. Georgien hat versucht, sich an die USA anzulehnen und deren Führung zu folgen, aber es scheint, dass die Neocons und Neoliberalen in Washington nicht erkennen, dass es Potenzial für eine Zusammenarbeit gibt. Sie müssen es nur mit mehr Geduld angehen. es ist ziemlich ironisch, denn in gewisser Weise lässt die Vereinigten Staaten und ihr Ansatz zur Welthegemonie jetzt wirklich alle anderen viel besser aussehen. Ihr macht einen sehr guten Job dabei, zu beweisen, dass andere Systeme möglicherweise besser funktionieren, was sehr ironisch ist. Das ist ähnlich wie damals, als die UdSSR der große Tyrann in der Region war, Afghanistan und so weiter invadierte. Es ließ alle anderen viel besser aussehen. Absolut. Wir haben sogar mit Kollegen darüber gesprochen. Ich sagte, verliert die USA zum ersten Mal seit 30 Jahren den Südkaukasus? Das wäre wirklich ideologisch, ja. Wie kann man Georgien verlieren, wenn Georgien alles befolgen will, was man ihnen sagt? Nun, so geht das. Neoliberale Ideologie und neokonservativer Konsens, der auf niemanden hört. Und wissen Sie, sie drücken durch Länder wie Georgien ihren Hass auf Russland aus. Und das ist im Grunde das Ergebnis. Ja, und wir müssen im Kopf behalten, dass für kleine Länder und kleine Mächte große Mächte immer als Tyrannen gesehen werden. Jeder ist auf seine eigene Art ein Tyrann. Allerdings ändern sich manche Tyrannen mit der Zeit. Im Moment ist definitiv die Vereinigten Staaten der Größte, der gerade auf eine harte Gangart setzt. Das wird nach hinten losgehen. Tatsächlich geht es bereits vor unseren Augen nach hinten los. Aber ja, Lascha, ich möchte dir sehr dafür danken, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Wir werden auch in Zukunft weiter über den Kaukasus diskutieren. Vielen Dank nochmal für die Gelegenheit, Pascal. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. ge patrimonien haben. Die Gelegenheit ist eine sehr